Wie sollte sich der Brach wohl hier zum Leben wünschen, wenn man nur Hass und Schulden nach aus seinem Leben sieht. Doch weil ich auch den Feind, die meinen besten Freund nach Gottes Vorschrift leben soll, so fliegt mein Herz zum und dran und wünscht allein bei Gott zu leben, der selbst die Liebe hat. Doch beeintrachtvolle Preis, dann wird er hier doch nur sein Hebes sehen geben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017